hallo leute derbe nah rangezoomter fritte ist hier warum bist du nah rangezoomt so ist besser hallo ich wollte euch nur mal informieren am 26 november wow ist das kurzfristig gibt es die nächste pressekonferenz folge das heißt wenn ihr noch irgendwelche fragen habt die ihr mir stellen wollt für team austria cast und so und überhaupt für die zukunft und für das quartal das jetzt hinter uns liegt dann schreibt es mir in die kommentare oder auf discord oder auf twitter oder auf instagram ja das muss auch reichen an kanälen oder ihr könnt ja auch steam schreiben oder sonst wo und dann werde ich die fragen beantworten wie ihr das kennt wie das gewohnt seid